Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Bayerischen Landtag, zu der wir uns deshalb entschlossen haben, weil wir heute Vormittag unseren Bayernplan, den Bayernplan der Freie Wähler Regierungsfraktion für den Weg raus aus dem Lockdown und zurück in Richtung Normalität und Freiheit präsentiert haben. Und weil ihr uns seither geradezu überhäuft habt, erfreulicherweise mit einem gerüttelten Maß an Lob für all die Ideen, die wir da vorgestellt haben, aber eben auch mit der Bitte noch einmal ganz genau darzulegen, worin denn nun unsere Vision für den weiteren Weg unserer gemeinsamen Heimat in den nächsten Wochen durch diese Pandemie besteht. Das greifen wir in Frag Fabian gerne auf und erläutern ihn noch einmal unseren Bayernplan. Zunächst zur Frage, warum gerade jetzt, weshalb präsentieren wir diesen Bayernplan zum aktuellen Zeitpunkt. Zum einen natürlich im Hinblick auf die Ministerpräsidentenkonferenz, den Rat der 17, der am morgigen Mittwoch wieder mit der Bundeskanzlerin tagen und beraten wird. Wir sind der Hoffnung, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz eine Art Fahrplan in Richtung Freiheit, der eine Art Freiheitsplan auf den Weg bringen könnte und wollen dafür unsere Anregungen geben. Vor allen Dingen aber präsentieren wir unseren Bayernplan genau jetzt, weil wir fest davon überzeugt sind, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt, wo es uns in einer unheimlichen gemeinsamen Kraftanstrengung der Menschen in unserem Land, des Teams Bayern gelungen ist, nach der ersten Corona-Welle auch die zweite Corona-Welle zu brechen. Wir Freien Wähler glauben, dass das deshalb jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um in eine neue Phase der Corona-Krisenbewältigung überzugehen. Nach all den entbehrungsreichen letzten Monaten, in denen wir über den harten Lockdown sehr sensible Einschränkungen in unserer aller Lebenswirklichkeit hinnehmen mussten, um die Zahlen wieder gedrückt zu bekommen, haben wir jetzt die Chance, endlich überzugehen in eine nächste, in eine neue Phase, die wir überschrieben haben mit dem Titel Gutes Leben mit dem Virus. Eine Phase also, in der es gilt, unser aller Leben für die nächsten Monate des Frühjahrs und des Sommers so zu strukturieren, dass ein gutes Leben mit Corona, mit Covid-19 möglich wird, solange bis es uns dann endlich gelingt, über Impfstoffe und über Therapien diese Pandemie final in die Flucht zu schlagen. Zentrale Frage, die als Überschrift über unseren Bayernplan steht also, was sind die Regeln, wie muss ein solches gutes Leben mit dem Virus in den nächsten Wochen und Monaten strukturiert sein? Dafür machen wir eine ganze Reihe von Vorschlägen, von denen ich insbesondere zwei herausgreifen möchte. Zum einen sind wir Freien Wähler fest davon überzeugt, dass die Tests, ja insbesondere die jetzt zugelassenen Selbsttests, einer der zentralen Schlüssel zu mehr Freiheit und zu mehr Normalität sein können. Und zeitgleich aber auch ein möglichst hohes Maß an Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten garantieren können. Also Selbsttests, die den Flaschenhals des medizinischen Fachpersonals zur Anwendung beseitigen. Wir können die Tests ja schon seit längerer Zeit nahezu beliebig skalieren, uns Millionen von den Tests beschaffen. Bisher aber war medizinisches Fachpersonal zur Durchführung dieser Tests nötig, sodass immer nur ein sehr geringer Teil unserer Bevölkerung getestet werden konnte. Jetzt ist das anders. Wir haben die Selbsttests auch aus der Mitte des bayerischen Mittelstands heraus zur Verfügung. Wir können in großen Massentests durchführen und wir glauben, dass diese Tests die große Chance sind, um Freiheit und Normalität auf der einen Seite mit Sicherheit, auf der anderen Seite unter einen Hut zu bekommen, um beispielsweise Präsenzbetrieb in unseren Schulen, in unseren Kitas verantwortungsbewusst durchführen zu können, in dem schlicht getestet wird, in dem definiert wird, wer Corona-positiv, wer Corona-negativ ist, sodass diejenigen, die negativ sind, gemeinsam beschult werden können, vielleicht auch in die Außengastronomie gehen können, möglicherweise wieder in Hotels übernachten können, im Einzelhandel sich bewegen können, während wir diejenigen identifizieren, die Corona-positiv sind und in Quarantäne schicken können, sodass also ein gutes Leben in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten auch mit dieser Pandemie möglich werden kann. Wenn wir auf diese Tests in dieser Intensität setzen, wie wir Freien Wähler uns das wünschen, dann ist ein zweites nötig, dass wir vorschlagen in unserem Bayern-Plan, nämlich eine Abkehr davon sozusagen, wie die Schlange vor dem Kaninchen jeden Tag auf die Inzidenzzahlen zu starren, ja eine Öffnungsperspektive für unser Land und seine Menschen ausschließlich an dieser Inzidenz festzumachen. Denn eines ist völlig klar, wenn wir stärker auf die Tests setzen, dann wird es uns gelingen, das wahre Infektionsgeschehen nach unten zu drücken, Corona also einzudämmen, deshalb, weil wir versteckte Infektionen finden, weil wir die Chance haben, infizierte Personen in Quarantäne zu schicken und darüber Infektionsketten brechen können. Aber die Inzidenzzahl, die Inzidenzzahl wird durch mehr Tests natürlich steigen. Das heißt, wir müssen aufpassen, nicht in die Inzidenzfalle zu tappen, ja nicht durch eine wahre Zurückdrängung von Corona durch mehr Testen, Öffnungsperspektiven völlig auszuschließen, weil die Inzidenzzahlen dadurch natürlich steigen. Also Testen als Schlüssel zur Freiheit und zur Normalität auf der einen Seite, Abkehr von der Inzidenzzahl als alleinselig machende Kennziffer für das Corona-Infektionsgeschehen, als alleinigen Bezugspunkt von Öffnungsperspektiven zum Zweiten. Statt der Inzidenzzahlen schlagen wir im Bayernplan der Freien Wähler drei neue, drei andere Kriterien vor, um unser gutes Leben mit dem Virus in der nächsten Zeit zu strukturieren. Die erste Kennziffer, das erste Kriterium, das wir vorschlagen, ist die Wirkung von Schutzmaßnahmen. Wir Freien Wähler sind nämlich davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, in der aktuellen Phase solche Maßnahmen zuerst zurückzunehmen, von denen wir glauben, dass sie nur eine überschaubare Hilfe sind beim Eindämmen der Corona-Pandemie und andere Auflagen, andere Maßnahmen, von denen wir uns einen besonders großen Schutz gegenüber Covid-19 versprechen, noch etwas länger aufrechtzuerhalten. Heißt, an einigen Beispielen argumentiert, dass wir uns sehr schnell vorstellen können, den 15 Kilometer Ausflugsradius beispielsweise zurückzunehmen, dass wir uns vorstellen können, bei den Kontaktbeschränkungen mehr als nur eine zusätzliche Person pro Haushalt zuzulassen. Heißt aber auch, dass wir an nachweislich sehr wirksamen Maßnahmen, wie beispielsweise der Maskenpflicht, noch einige Zeit festhalten wollen, weil wir glauben, dass das eben Maßnahmen sind, die besonders gut geeignet sind, um die Kontrolle über das Pandemiegeschehen zu behalten. Erstes Kriterium also, Wirkung von Schutzmaßnahmen, diejenigen, die besonders nützlich sind, aufrechterhalten, diejenigen, die nur überschaubar bei der Eindämmung der Pandemie helfen, als allererstes abschaffen. Das zweite Kriterium, das wir Freien Wähler für unsere Öffnungsstrategie vorschlagen, ist dasjenige der Infektionswahrscheinlichkeit. Wir sind davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, zunächst solche Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen, in denen davon auszugehen ist, dass dort eine geringe Ansteckungswahrscheinlichkeit vorherrscht, während wir solche Bereiche noch länger geschlossen halten wollen, von denen wir glauben, dass dort besonders viel Infektionsgeschehen stattfindet. Wir haben dazu dank der Wissenschaft ja im letzten Jahr doch einiges Wissen akkumuliert. Wir wissen beispielsweise, dass man sich draußen weniger mit Covid-19 infiziert als drinnen, in der Mangelung von Aerosolen. Wir wissen, dass Covid-19 dort besonders intensiv tätig wird, wo viele Menschen auf engem Raum sind, insbesondere dann, wenn sie sich ohne Abstände, wenn sie sich ohne Masken begegnen. All dieses Wissen gilt es jetzt zu nutzen, um zu identifizieren, wo ist das Ansteckungsgeschehen gering und dort Öffnungsperspektiven eröffnen zu können und dort noch etwas vorsichtiger zu sein, auf der anderen Seite, wo die Infektionswahrscheinlichkeit hoch ist. Dazu setzen wir Freien Wähler auch beim Lock-up, wie schon beim Lockdown, wo das ein Erfolgsrezept war, auf den Rat, auf die Expertise, auf Untersuchungen von Wissenschaft. Wir schlagen eine intensive Forschung an Studien vor, die uns noch genauer nachvollziehen lassen, wann sich wer wo mit Covid-19 ansteckt und auch wie welche Hygiene, wie welche Schutzmaßnahmen wirken. Immer mit dem Ziel, dort schneller, dort verlässlicher, dort nachhaltiger und sicher eröffnen zu können, wo wenig Infektionsgeschehen stattfindet und wo Hygienekonzepte wirken und dort noch etwas vorsichtiger zu sein, wo Corona möglicherweise aktiver ist. Unsere Einschätzung als Freie Wähler ist, dass wir ja diese Studien im letzten Sommer etwas verschlafen haben. Das war einer der Fehler des bisherigen Krisenmanagements und umso mehr sollten wir sie jetzt mit Nachdruck in Angriff nehmen. Es war einer der Erfolgsfaktoren des bayerischen Wegs durch diese Pandemie, sich immer am Rad von Wissenschaft zu orientieren. Wir haben das beim Lockdown immer getan und wir sollten es nach dem Verständnis von uns Freien Wählern in gleicher Weise jetzt auch beim Lock-up, beim Wiederaufmachen, bei der Rückkehr, bei den Schritten in Richtung Normalität und Freiheit zu handhaben. Zum Zweiten glauben wir, dass dazu im Jahr 2021 auch die Digitalisierung einen vortrefflichen Beitrag leisten kann. Deshalb nochmals die Forderung Corona-App weiterentwickeln, über die Corona-App natürlich in den Grenzen des bestehenden Datenschutzes und nach Einwilligung der Nutzer auch einen weiteren Hebel schaffen, um Infektionsketten besser zu erkennen, ja um Corona als medizinisches Phänomen auch besser zu verstehen, immer mit dem Ziel dann zu wissen, wo gibt es geringe Infektionswahrscheinlichkeiten, wo kann also schon früher, schon bevor die Durchimpfung geschafft ist, in nächster Zeit geöffnet werden, um uns allen etwas mehr Normalität und Freiheit zu ermöglichen. Zweites Kriterium neben der Wirkung von Maßnahmen, also dasjenige der Infektionswahrscheinlichkeit. Das dritte Kriterium, das wir Freien wieder vorschlagen, besteht in der gesellschaftlichen Bedeutung derzeit geschlossener Teilbereiche und Institutionen. Wir glauben, dass wir wohl beraten sind, uns bei der Frage des Lock-ups, also bei der Reihenfolge dessen, was jetzt wieder geöffnet und in Richtung Normalität und Freiheit bewegt wird, daran zu orientieren, was für unsere Gesellschaft besonders wichtig ist. Mit anderen Worten wissen wir natürlich, dass etwa Präsenzbetrieb in den Schulen 1,7 Millionen Kontakte am Tag bedeutet. Wir wissen aber auch, dass es dabei um die Bildungsgerechtigkeit, um die Bildung, um die Zukunft unserer Kinder geht und glauben deshalb, dass es beispielsweise wichtiger ist, zunächst in den Kitas, in den Schulen wieder zu vollem Präsenzbetrieb zu kommen, als beispielsweise ein Spielcasino wieder aufzusperren. Das alles natürlich immer mit den maximalen Schutzmaßnahmen, mit einer vorgezogenen Impfung der Lehrerinnen und Lehrer und mit intensiven Testkonzepten, sodass in unseren Schulen nichts passiert, dass man dort Corona sicher ist, mit großem Aufwand, dass dort aber auch weiter und wieder Präsenzbetrieb stattfinden kann zum Wohle unserer Kinder. Drittes Kriterium, also gesellschaftliche Bedeutung geschlossener Teilbereiche. Wir Freien Wähler werden in unserem Bayernplan in anderen Worten reformuliert, also dafür, das Inzidenzkriterium als alleinselig machendes Kriterium abzulösen, durch neue Kriterien, durch das Kriterium der Wirkung von Schutzmaßnahmen, das Kriterium der Infektionswahrscheinlichkeit und durch das Kriterium der gesellschaftlichen Bedeutung von geschlossenen Institutionen und Branchen. Wir glauben damit, einen Vorschlag zu unterbreiten, der es uns ermöglicht, ein gutes Leben mit dem Virus in den nächsten Monaten zu organisieren und zu strukturieren, bis dass es uns dann endlich gelingt, die Pandemie über Impfungen und über Therapiestrategien final zu überwinden. In unserem Strategiepapier im Bayernplan der Freien Wähler sprechen wir uns zudem weiter gegen eine Impfpflicht aus, sehr wohl aber für eine Impfkampagne, weil wir glauben, dass Politik da auch die Unterstützung der Zivilgesellschaft benötigt. Ja, dass es wichtig und richtig ist, dass alle Multiplikatoren im öffentlichen Raum und in der Zivilgesellschaft jetzt auch zu Botschafterinnen und Botschaftern des Impfens werden mithelfen, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass unser aller Weg in Richtung Normalität und Freiheit zunächst einmal über das Impfzentrum führt. Mit anderen Worten, ist jeder Künstler, der gerne wieder in vollen Hallen auftreten würde, ist jeder Sportler, der zurück in volle Stadien möchte, herzlich eingeladen, uns bei diesem öffentlichen Meinungsbildungsprozess zu unterstützen. Das kann Politik nicht alleine schaffen, denn wir müssen auch diejenigen erreichen, die vielleicht Politik aus verschiedenlichen Gründen in den letzten Monaten den Rücken zugekehrt haben. Also weiter klares Nein zur Impfpflicht, aber ja zu einer Impfkampagne, um möglichst schnell für eine Durchimpfung zu sorgen. Und dazu gehört es natürlich auch, den Impfwunsch aller Impfwilligen erfüllen zu können. Dafür brauchen wir genügend Impfstoff. Deshalb plädieren wir im Bayernplan der Freien Wähler auch für eine Aufarbeitung der Frage, warum das nicht geklappt hat, warum es dieses Impf-Debakel auf der Bundes- und auf der Europaebene gegeben hat. Da geht es nicht nur um Milliarden, da geht es vor allen Dingen um Leben und Tod und um unser aller Freiheit und deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass es auch eine Art europäischen Untersuchungsausschuss bedarf, der aufarbeitet, wieso das Andernorts auf der Welt so viel besser klappen konnte als bei uns in Europa und damit auch in der Bundesrepublik Deutschland und bei uns in Bayern. Neben dem Impfen setzen wir weiterhin auf die bayerische Therapiestrategie, die wir gemeinsam mit unseren Koalitionspartnern von der CSU auf den Weg gebracht haben, also den bayerischen Forschungsturbo, um aus dem Medizinstandort Bayern heraus nach wirksamen Therapien gegen Covid-19 zu suchen, mit der Idee dadurch schwere Verläufe abmelden zu können, Todesfälle verhindern zu können. Wir glauben, das ist ein Stück weit ein blinder Fleck auch der gesamteuropäischen Corona-Strategie bislang. Denn auch wenn wir es schaffen würden, Corona so gut therapieren zu können, dass es sich wirklich auf die Auswirkungen einer stärkeren Grippe reduziert, wenn also niemand mehr an Corona sterben müsste, wenn wir schwere Verläufe abmildern könnten, wäre diese Pandemie genauso besiegt wie durch die Erlangung der Herdenimmunität durch das Impfen. Also nach wie vor Forschungsturbo, intensives Forschen nach den Therapiestrategien, sodass dann in einer dritten Phase nach dem Leben mit dem Virus endlich die finale Überwindung der Pandemie möglich ist, über das Impfen, über die bayerische Therapiestrategie. Mit diesen Ideen im Rücken, ja mit diesem Bayernplan, mit dem wir mit Umsicht und mit Vorsicht sehr wohl, nicht einfach blind öffnend und auf die Gefahr hin, unsere gemeinsam erreichten Erfolge wieder zu verspielen, sondern verantwortungsbewusst zurück wollen in Richtung Freiheit und Normalität, meinen wir einen mutigen Vorschlag zu unterbreiten, wie es in den nächsten Wochen und Monaten gut weitergehen könnte in unserer bayerischen Heimat. Wir sind dabei fest davon überzeugt, dass es jetzt wichtig ist, mit Mut die ersten Schritte zu gehen in Richtung Freiheit und Normalität. Es kann dabei, und da mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube gut sein, dass wir nach zwei Schritten vorwärts in Richtung Normalität und Freiheit vielleicht noch einmal gezwungen sein werden, einen halben Schritt zurückzugehen, um nicht zu riskieren, zu verspielen, was wir schon erreicht haben im Kampf gegen diese Pandemie. Aber wir Freien Wähler, wir sind fest davon überzeugt, dass diese Angst, womöglich noch einmal einen halben Schritt zurückgehen zu müssen, auf keinen Fall dazu führen darf, dass wir gar nicht erst loslaufen, mehr dass wir weiterhin auf der Stelle treten in diesem harten Lockdown, der sich längst wie Mehltau über alle Bereiche unserer Lebenswirklichkeit gelegt hat. Wenn wir es gemeinsam geschafft haben, durch die Disziplin des Team Bayern, der Menschen in unserem Land in den letzten Monaten die Kontrolle rückzugewinnen, ja die zweite Welle zu brechen, dann muss sich das jetzt auch in mehr Freiheit und mehr Normalität auswirken. Denn am Ende des Tages sind der entscheidende Faktor in unserem Kampf gegen diese Pandemie nicht kluge oder weniger kluge politische Entscheidungen. Entscheidend ist die Frage, ob es uns gelingt, die Menschen abzuholen, die Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Und das geht deutlich besser als im Depressions- und im Angstmodus über eine positive Motivation. Ich glaube, es ist massenpsychologisch viel sinnvoller, den Menschen nicht nur zu sagen, ihr müsst da jetzt alle mitmachen und auf alles Mögliche verzichten, weil sonst alles ganz schlimm wird. Wir Freien Wähler glauben, viel klüger ist es, den Menschen zu sagen, lasst uns noch einmal gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, denn wenn wir jetzt noch einmal alle mitmachen, dann gibt es mehr Freiheit, dann gibt es mehr Normalität für uns alle. Dann muss es aber, wenn es geklappt hat, so wie jetzt, diese Normalität und diese Freiheit auch geben. Also auf in Richtung mehr Freiheit, auf in Richtung mehr Normalität, auf in ein gutes Leben mit dem Virus, bis es dann durch Impfen und Therapien endlich soweit ist, dass wir diese Pandemie, dass wir diesen Corona-Wahnsinn final hinter uns lassen können und ganz zurück können in unser altes Leben. Das ist die Idee des Bayern-Plans von uns Freien Wählern. Wir werben einerseits um politische Zustimmung, wir hoffen auf die morgige MPK im Sinne eines Freiheitsplans für unser Land und seine Menschen und wir bauen natürlich auch auf die Zustimmung von Ihnen und von Euch allen auf einen gewissen Rückenwind aus der bayerischen Gesellschaft für unsere Pläne, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das der richtige Weg für unser Land und seine Menschen ist.